Raphael Wicke und Alex Frey, ehemalige Nazi-Spieler und zwei hungrige junge Trainer. Die beiden Titelanwärter im ersten Direktduell der Saison. Basel gegen Ebay. Am Sonntag ab 16 Uhr. Live und exklusiv auf Blue Sport. Die Credit Suisse Super League auf Blue wird Ihnen präsentiert von Credit Suisse, Sporttipp, LG und unterstützt von Swisscom. Der Countdown zur Super League wird präsentiert von Sporttipp. Betten und den Schweizer Sport unterstützen. Pro League wird präsentiert von Zum späten Samstagabenspiel auf Bluesport, wo beide Mannschaften keine Spätszünder sind, was der Saisonstart angeht. Die GEC mit dem besten Saisonstart seit acht Jahren und der FC St.Gaue hat jetzt schon mehr Punkte, als sie das letztes Jahr hatten und dort haben sie fast neun Runden gebraucht, für diese Punkte dann definitiv auch einzufahren. Seit dem Saisonstart sowieso hellwacht, Freddy Bickel, unser Sporthexperte am heutigen Abend. Schön bist du da. Danke. Ebenso gut die Saison gestartet wie GEC und auch wie der FC St.Gaue ist Servetti. Die haben heute den Aufsteiger der FC Winterthur empfangen, die ja nach zwei Niederlagen zuletzt schon auf dem Boden der Superliga-Realität ankam. Heute ist es zwar von der Leistung her, vom Defensivverhalten, eine ganz andere FC Winterthur gewesen, aber das ist die entscheidende Szene, Fall von Granit Lekai an Fofana und Patrick Pflücker, wo es entscheidende Goet schiessen konnte. Darum 1 zu 0, Servetti gegen Winterthur geht es heute noch gegen St.Gaue. Und morgen natürlich dann sicher das ganz, ganz grosse Spiel, Basel gegen Ibe. In der Tabelle ist Servetti, also im Moment an der Spitze. St.Gaue könnte jetzt im Spätenspiel mit dem Sieg an ihnen vorbeiziehen, sonst ist es noch ein bisschen unübersichtlich. Von vier Spielen bis in einem Spiel gespielt ist alles mit dabei, schlusslich trefft die FC Zürich und auch Winterthur bleibt nach der Niederlage auf dem 1. Punkt sitzen. St.Gaue könnte also an die Tabellenspitze hochklettern, mal etwas schmücken, zumindest für eine Nacht. Und das war nur möglich wegen den letzten beiden Leistungen, die alle Facetten, die der Fussball zu bieten hat, sind innen gewesen. Der FC St.Gaue ist momentan nur im Zweierpack erhältlich. Zwei Siege, zwei Doppeltorschützen, zwei Platzverweise. Ein schwieriges Omen für heute, denn aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Jetzt ist mehr die Frage, was du nimmst. Alle guten Dinge sind drei, Doppelpacken oder Rote Karten? Am liebsten glaubst du schon an den Doppelpacken? Ja, es ist logisch, aber das wird ganz sicher schwierig, weil sie haben heute einen Gegner vor sich, der sehr, sehr gut steht, der sehr gut defensiv organisiert ist. St.Gaue ist eine mutige Mannschaft. Wenn das Goal nicht gerade kommt, tun sie gerne immer ein bisschen mehr auf, auch anfehlend auf die Kunde, wo die GCS ein gutes Umschaltspiel hat. Also das erste, das dritte Mal machen wird schwierig und das zweite werden es ganz sicher nicht. Wobei, ich muss auch sagen, sie werden es nicht gross thematisiert haben, weil die zwei Rote Karten, die du hast, sind keine Feilentscheidung gewesen, aber es sind also, ja, es ist viel Pech dabei gewesen, beides Mal. Der Saisonstart von St.Gaue hat grundsätzlich auch darum so gut, weil sie eigentlich Spieler, die sie gegangen sind, hervorragend ersetzen konnten. Doppelpacken Schubert von Moos und Stillhardt, die verhebt. Oder jetzt diese Woche haben sie gerade wieder reagiert. Oder Gregori Carlen und mit Albert Walci haben sie nochmal eingeholt. Hast du das Gefühl, das ist der Unterschied zu der letztjährigen Vorrunde, dass man da einfach speditiver reagiert, aber auch besser hat adaptiert? Ja, wobei, jetzt wird es ganz schwierig, den Ruis zu ersetzen. Also, das tut weh, oder würde mir eigentlich sicher wehtun. Ich glaube, den Dua hätte man sehr gut ersetzen können. Das bei allem Respekt vom Dua und das sind die Qualitäten, die ich kenne. Aber dort haben sie mit dem Latela, Latela, vielleicht sagst du Latela, Latela ist so. Es schwingt immer so schön mit dem Latela. Der hat irgendetwas, das gefällt mir. Ja, Schubert hat jetzt auch ein bisschen gebraucht. Ich denke, ich bin noch nicht so sicher, wie das geht. Aber ich glaube, es ist wirklich gut reagiert worden. Und es sind ja auch nicht in dieser Nahzahl Transfer gewesen, dass man jetzt gerade alles hätte umstellen müssen. Also auch das hat viel geholfen, dass sie schon auch irgendwo ein bisschen zusammenbleiben konnten. Stillhardt hat man jetzt hintergenommen, hat man reagiert natürlich auch darauf, weil das, was mir bei St. Gallen immer ein bisschen gefehlt hat, die Routinen in der Innenverteidigung. Sie haben sehr gute Innenverteidigungen, junge Innenverteidiger, talentierte. Aber so die Routinen fehlt mir ein bisschen. Die Stillhardt bringt sich ein bisschen mehr mit. Dafür muss man jetzt im Mittelfeld opfern. Ob das dann die Dauerlösung ist, weiß ich nicht. Aber es verhebt ja bis jetzt. Und es wäre so startisch gut gewesen. Wir merken, wir haben viel Personalie abzuarbeiten. Unter anderem eben, wer ist jetzt der, der den Standplatz von Ruiz einnimmt? Wer ersetzt den rot gesperrten Isaac Schmidt am heutigen Abend? Der Gianni Wieler hat sich unter anderem darum mit dem Cheftrainer über die Farbe rot und über die Spiele vom heutigen Abend unterhalten. Peter Zeidler, Sie haben es geschafft, zusammen mit Ihrer Mannschaft den Schwung aus der Rückrunde mitzunehmen auch in die neue Saison. Jetzt aber letzte Saison, drei von vier Duell gegen GC verloren. Wie, wo, was muss sich ändern, damit es heute eben lange zum GC-Schlag? Ja, ganz so toll war es nicht. Unser erstes Spiel haben wir verloren in Gimpton. Das war nicht so toll, aber Sie haben recht, die nächsten zwei Spiele waren gut. Vor allem im Zusammenhang mit unseren Zuschauern. GC ist eine sehr kunterstarke Mannschaft, wo sie uns letztes Jahr nicht überrascht haben, aber halt einfach mit diesen Mitteln geschlagen haben. Um das geht es heute, dass wir selber unser Spiel so durchbringen, dass wir wenig konter sehen. Wir werden schon ein paar sehen, aber ich hoffe nicht so viele, weil da sind sie brandgefährlich und auch sonst haben sie Stärken. Es gibt einen Plan von uns, den wir kennen in der Theorie. Jetzt geht es darum, schaffen wir es heute mit Begeisterung, den auf den Platz zu bringen. Man könnte eigentlich in dieser Saison sagen, beim FC St. Kalle täglich grüsst das rote Kartenmurmeltier in der Ostschweiz im Moment. Jetzt zweimal nacheinander ist jemand auf den Platz geflogen, sie müssen immer wieder umstellen. Haben Sie eigentlich in dieser Thematik irgendwie mal etwas mit der Mannschaft und der Not oder das mal angesprochen oder wäre das ein Fehler am Platz? Ja, auf die Frage könnte man kommen, weil nach drei Spielen haben wir zwei rote Karten, aber wir müssen die rote Karten einzeln anschauen. Er war halt zweimal die gelbe, hätte er vermeiden können, aber es kommt halt manchmal vor. Aber über die Schmidt, klar, der Wahl hat entschieden, haben wir auch respektiert, aber Schmidt hat wirklich jetzt, übertreibe ich nicht, glaube ich, im Training noch nie einen Foul gemacht. Und jetzt ist er zwei oder was weiss ich wie lange da, schon ein Jahr. Also es war ein ganz blöder Zufall und der hat ja noch zurückgezogen, aber kann man vielleicht so geben, weil es sieht dann oberhalb von Gnoeckles so aus, aber ich würde da jetzt keine, irgendwie im Prinzip daran erkennen, dass wir jetzt schon zwei haben. Für uns war es schwierig, wenn wir zweimal zu zehn gespielt haben, und das war auch ein Positivum, dass wir dann trotzdem zweimal 2-0 gewonnen haben. Also wir wollen auch keine Polemik machen rund um die rote Karten. Reden wir über die Formation nicht, Sie müssen wiederum stellen, dafür kommt der Lukas Görtler zurück auf der rechten Seite, dafür geht der Christian Witzig auf die linke Seite. Man hätte ja auch können sagen, vielleicht geht Basil Stillhardt eins für ihn, und es wäre die Möglichkeit für das Leonidas Tergiu mal wieder von Anfang an zu spielen. Ja, da geht es um Basil Stillhardt, er hat sich sehr gut etabliert, seine Lieblingsposition ist auch die des Innenverteidigers, wir haben zu null gespielt mit ihm und mit den anderen. Leonidas Tergiu, die Frage wird mir oft gestellt, wird wiederkommen, er hat jetzt gerade diese Aufgabe, dass er diese Phase überwindet, er wird in dieser Aufgabe wachsen, das ist kein theoretisches Geschwätz von mir, das wird so sein, er trainiert schon wieder gut, er hat gegen Valencia ein tolles Testspiel gemacht vor zwei Wochen, und demnächst wird er wieder spielen, aber ich sehe keine Veranlassung, diese zwei Innenverteidiger momentan auseinanderzureißen, und ganz, ganz wichtig, Leonidas Tergiu hat uns in den letzten zwei Spielen nach seiner Einwechslung sehr geholfen, und heute wird es vielleicht auch wieder so sein. Ich wünsche mir viel Glück, Herr Messer, die Fragezeichen geklärt beim Peter Zeidler, und wir schauen, was die Fragezeichen angeht, wobei halt, nach den ersten beiden Spielen hat man eben gar nicht so viele Fragezeichen begeht. Sie haben ja wenig Kredite bekommen, Fredi, haben es aber hervorragend gemacht, auch weil Konstanz ein ganz zentraler Faktor ist, innerhalb der Equipe, und man darum eben so eine gefestigte Equipe kann stellen, jetzt schon am Anfang der Saison. Ich bin sicher, dass man drei, vier Sachen herausstreichen kann. Erstens die Staffarbeit, die Rennen-Stuff. Man sieht, sie mussten nicht viele Umstellungen machen, sie haben den genauen Plan der Mannschaft mitgegeben, sie sind hervorragend organisiert in der Defensive, sie auch das Umschaltspiel, kommt noch ein wenig, sie gibt wenig Umschaltmomente, aber die, die es haben, da stimmen auch dort, der Laufweg, da merkt man, dass er gearbeitet wird. Er hat nicht mehr so viele Wechsel gehabt, also die vielen Aktionen vom Investor haben ihn ein bisschen nachgelassen, das hat sicher auch der Mannschaft geholfen, und du spürst auch an der Mannschaft da, was sie immer sagen, dass sie einen guten Zusammenhalt haben, das merkst du, da ist etwas zusammengewachsen, vielleicht auch, weil sie sich ein bisschen allein fühlen und das ringsummehr halt nicht so passt. Zum Schaltspiel, wenn es stattfindet, ist es hocheffektiv, Fredi, das ist es für uns nochmal angeschaut, die ersten drei Gale, die sie geschossen haben in dieser Saison. Ja, es ist wirklich beeindruckend. Der Cavabe muss man jetzt anschauen, und jetzt am Ball. Und wenn er jetzt dann anfängt anzulaufen, Morandi da, gerade in die Tiefe, und gleichzeitig der Cavabe läuft auch in die Tiefe, klar, das Fehltverhalt von Lugano, aber trotzdem, Momo da auch ganz wichtig, wenn er auf den ersten Posten geht. Er tut mir noch ein bisschen leichtfüssig als Stürmer, aber der Laufweg auch von Momo da gut und dann natürlich einen perfekten Abschluss. Da jetzt, das ist schon das zweite Goal jetzt. Da hat er schon auf den angewinterten Ball. Und jetzt muss er auf den Morandi und auf den Cavabe schauen, wie die jetzt die Wege noch kreuzern und wie sie perfekt laufen. Also klar, steht Lugano hinten nicht gut, aber das ist einfach perfekt gespielt. wenn er so entblößt ist, die Laufwege, die sie da machen, das ist hervorragend. Bola, das ist eigentlich das Entscheidende, wenn er da aufsässig ist und den Ball gewinnt. Aber dann, wieder auf den Cavabe, wenn er die Tiefe gerade sieht, wenn er die gerade ansprintet, den Ball rüberkommt, rüberlegt, Abschluss ist dann vielleicht noch ein bisschen glücklich, aber den Angriff selber und wie sie es auslösen, das ist wirklich super gelöst. Das macht Eindruck. GC also, vielleicht strafen sie an der Rente oder an der Lüge und plötzlich sind die Schlagzeilen eben auch positiv und nicht mehr so negativ. Gianni Weiler hat darum mit dem Cheftrainer, mit Giorgio Contini, über den Saisonstart und über die Spiele von heute gesprochen. Giorgio Contini, ich glaube, man kann sagen, der Saisonstart von GC ist gelückt mit dem Sieg gegen Lugano und Unentschieden gegen IB. Wenn man die Tabellen anschaut vor Winterthur und dem FCZ, man ist aktuell Nr. 1 im Kanton Zürich, kann man sich etwas drauf einbilden? Ja, absolut natürlich. Zwei Runden sind schon die Meisterschaften entschieden worden. Es ist passiviert. Ich denke, es war ein guter Start. Es ist das Wichtigste, dass wir mit dem richtigen Fuss in die Meisterschaften drin sind. Und jetzt geht es noch ganz viele Punkte bis im November. Dann schauen wir, dass wir heute wieder ein Punktekonto füllen können. Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass so negative Berichte über GC für Sie immer ein bisschen als Motivation auch gebraucht wird mit den Spielen zusammen. Ist es ein bisschen blöd gelaufen, jetzt, wenn man so gut startet in die Meisterschaft? Geht in das Motivationsfutter aus? Nein, das ist eigentlich eine zusätzliche Motivation. Ich denke, ich kann mich mit meinen Spielen sehr gut motivieren. Mit eigenen Wörtern brauche ich nicht euch noch zusätzlich, aber es ist sicher so, dass wir sehr vieles über GC gelesen haben, was nicht rund läuft. Und umso schöner ist, dass wir den Fokus innerhalb des Teams haben und uns jetzt beglückt haben mit diesen Punkten. Schauen wir mal schnell die Starkformation Ihrer Mannschaft an. Es ist eigentlich das, was wir von Ihrer Mannschaft erwarten können. Eigentlich fast gleich, ausser dieser Position, die Giotto Morandi, die verletzt ist. Dafür kommt der Dadaschoff zur Startelf. Was ändert sich im Spiel von Gezen oder kann man eigentlich genau das erwarten, was man mit den letzten zwei Spielen auch schon gesehen hat? Ja, es ändert nicht viel. Im Gegenteil, es wird vielleicht ein bisschen physischer sein mit dem Dadaschoff, der natürlich ein bisschen mehr in Zweikämpfe geht als der Giotto, vom Spielertypen, der technische Fussball ist, der den Ball in den Fuss will. Und das Tempo mit dem Ball wird die Zweikämpfe nicht schüren, wird auch im Pressing aktiv sein. Und deswegen wird es vielleicht ein bisschen anders, aber die Idee, wie wir auftreten, wird sie gleich bleiben. Ich wünsche mir dabei viel Glück beim Umsetzen. Dankeschön, Messi. Dadaschoff anstatt Morandi. In der Analyse haben wir gesehen, was Morandi kann bewirken, oder? Morandi-Khavabe ist für mich das Park gewesen, muss ich sagen, in diesen Sportstartspielen. Was habe ich getippt? Warte, du hast getippt, schau mal. 3-1-GC, 3-1-GC, kannst du wieder rausnehmen. Okay. Ohne Morandi. St. Gallen macht das erste Goal, also es wird 1-3. Okay. Der Joker, ja, schlag. Das ist ja gut. Du auch, ich habe ja gesagt, ich bin nicht so schlecht. Es ist auch schön, den zwei zuschauen, weil die passen perfekt. Du spürst, dass die sich richtig verstehen auf dem Platz und die, ja, vielleicht macht es Morandi genau den Unterschied zum Resultat und kann auch noch einmal unterstreichen, wie wichtig das ist. wo die GZ eigentlich das letzte Jahr fast nicht gemerkt hat, dass er so wichtig ist. GZ gegen St. Gall. Falls ihr jetzt den Tipo noch ändern möchtet, wie der Freddy Bickel macht, es hat Zeit, wir gehen ganz kurz in die Werbung. und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Fondue immer überall. Und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Und wir gehen ganz kurz in die Werbung. Ich bin ganz kurz in die Werbung. Ja, bei mir ANDERToW Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Luca Piccolo, 29 Jahre jung, ist der Leiter dieser Partie heute Es wird ganz bestimmt eine intensive Partie geben, wie es jeweils zwischen diesen beiden Mannschaften der Fall gewesen ist Abraschi und Görtler, zwei aggressiv Leader, sind zugleich Captains ihrer Teams Sandro Scherrer leitet das Geschehen im Videoraum Und das ist die Aufstellung von Giorgio Contini Hätte sich Giotto Morandi in der Woche nicht verletzt, hätte Contini im dritten Spiel die gleichen Elf beginnen lassen So kommt Dadashov heute für Morandi ins Team GC kann sich bei Dadashov bedanken für sein Tor in Bern, das den Zürcher einen Punkt gerettet hat Also Giorgio Contini mit einer guten letzten Bilanz gegen den heutigen Gegner, gegen das Team von Peter Zeidler Der musste leicht umstellen Isaac Schmidt ist gesperrt, Görtler steht wieder zur Verfügung So hat der 21-jährige Christian Witzig zwar erneut einen Platz in der Startelf gefunden Diesmal allerdings im halblinken Raum gegen den FC Zürich, da spielt er noch halbrechts auf der Görtler Position Alles ist bereit für dieses Spiel Hier haben wir Kawabe, einen der Schlüsselspieler der Zürcher, ganz gut in Form gekommen zu Saisonbeginn Das Spiel geht los, der FC St. Gallen hat Anstoss, spielt in den dunklen Trikots von rechts nach links Und wie man den FC St. Gallen kennt, da gibt es kein langes Abwarten, da wird sofort nach vorne gespielt Und die Grashoppers werden auch heute auf Konter aus sein Das ist Abraschi Losli Rechts aussen in der Dreierkette Erstes kleines Foulspiel des Verteidigers Der einzige Schweizer in der Dreierkette der Grashoppers Vor dem portugiesischen Torhüter André Morera spielt neben Losli eben auch der Österreicher Magreiter und der Japaner Seko Das ist Maglitzer, einer der beiden St. Galler Innenverteidiger Spiel spielt neben Basil Stillharz Görtler Sutter auf der rechten Seite Im bekannten St. Galler Spiel und Stiel Sucht man Den direkten Zug aufs gegnerische Tor Wenige Ballkontakte Sollen das Spiel schnell machen Das ist die Idee von Peter Zeidler Das ist der Linksverteidiger, der 19-jährige Gindo Brada hat Witzig nicht mit der Eckfahne gerechnet Hat gedacht, der Ball gehe aus und es gäbe Eckball für St. Gallen Dumm gelaufen, kann man sagen Hier haben wir Gindo Neu in die Mannschaft gekommen Leihweise Aus Salzburg Zugezogen Peter Zeidler verfügt ja über sehr gute Kontakte Zu RB Salzburg Ist nicht der erste Spieler, der aus Österreich in die Schweiz kommt Zum FC St. Gallen Langer Ball In Richtung Dadaschow Wir haben ihn Ein Nationalspieler Aus Aserbaidschan Spricht perfektes Hochdeutsch Stammt aus Rüdesheim am Rhein In Deutschland War Best Player In der Runde 3 In der letzten Runde Dank seines Schnellen Tores In Bern Vier Minuten nach seiner Einwechslung Ab die Sigi Tolle Paraden hat er gezeigt Im Spiel gegen den Schweizer Meister Elf Schüsse gegen Die Zürcher hat er abgewehrt Das war für ihn Persönlicher Rekord In einem Spiel Christian Witzig Auf der linken Seite 21 Jahre jung Aus dem eigenen Nachwuchs Nachgezogen Wie einst Stregiu Oder Fasli Das ist Latelat Und das ist das 1 zu 0 Das macht er clever Abgeklärt Abgebrüht Wie ein ganz grosser Routinier Wartet er Guckt sich den Torhüter aus Und hebt dann den Ball Ins Netz Fünfte Spielminute St. Gallen führt 1 zu 0 Gindo mit dem Assist Und dann das unwiderstehliche Dribbling Von Latelat Zum 1 zu 0 Sein erster Treffer Für den FC St. Gallen Einen Assistpunkt Hat er sich schon Gutschreiben lassen Jetzt also das erste Tor Und Frust total Bei Giorgio Contini Also ausgehend Von einem Vorstoss Von Gindo Dem Verteidiger aus Mali Kam der Ball Zu Latelat Stammt aus der Elfenbeinküste Und er war für das 1 zu 0 Besorgt Das ist Julian von Moos Doppeltorschütze Gegen den FC Zürich Also Peter Zeidler Mit einem Ja man kann es schon sagen Traumstart Das ist der Torschütze Gute Flanke Das muss bereits Das 2 zu 0 sein Kopfball von Julian von Moos Und da war André Moreira Gefordert Also es geht gleich Richtig los Hier im letzten Grundstadion Zumindest für die Gäste Aus St. Gallen Die Zürcher sind noch nicht Gefährlich Vor dem gegnerischen Tor Aufgetaucht Gefährliches Spiel Das Bein war zu Von Emanuel Latelat Dem Torschützen Ja früh musste er hinter sich greifen Andre Moreira Und das 2 zu 0 Für die Gäste verhindern Hier Hat er sich Julian von Moos In den Weg gestellt Ja das wäre es gewesen Doppelschlag in den ersten 5, 6 Minuten Für die Ostschweizer Durchaus möglich Alle GZ Spieler werden unter Druck gesetzt Und so landet dieser Ball von Moreira Dann wieder bei den Gästen Ganz typisch für den FC St. Gallen Dieser Start Auch jetzt gefährliche Aktion Von Noos Latelat Er wird doch nicht Beinahe Ja St. Gallen Und die Doppeltorschützen Zweimal Schubert Zweimal Von Moos Und beinahe schon Zweimal Latelat GZ tut sich unglaublich schwer Mit den Ostschweizern In dieser Startphase St. Gallen Einfach einen Tick schneller Gedanklich auch Wissen immer schon genau In welche Räume sie Laufen müssen Und GZ muss sich Erst noch finden Auch jetzt wieder Ganz schnelles Umschalten Latelat wird gesucht Losli Kann sich diesmal behaupten Momo Und schon wieder Ist der Ball weg Ist der Ball beim Gegner Freistoss für GC Nach dem Fallspiel An Ndegge Den man vom FC Luzern geholt hat Ein defensiver Mittelfeldspiel Ein Sechser Zweikampfstark Robust Und Magreiter Mit Problemen Schubert 2 zu 0 Der Abwehrchef Patzt Und Schubert bedankt sich Bei seinem Landsmann Für diesen Flop Ja Da schüttelt Magreiter nur den Kopf Das darf dem Routinier Nicht passieren Aber Wie dann Schubert Die Situation erfasst Das ist 1A Da läuft er Sofort in Position Ganz schlecht verteidigt Von GC Von Moss bedient Schubert 2 zu 0 Für den FC St. Gallen Das dritte Saison-Tor Für Schubert Der in einer etwas anderen Etwas neuen Rolle Spielt Hinter den Beiden Spitzen Kommt ein bisschen Aus der Tiefe Und Die GC-Vereinsführung Aus China Mag schon gar nicht mehr So richtig hinschauen Momo Gibt immerhin Eckball Maglitsa Liegt am Boden Hier Ja Ein bisschen hat das abgekriegt Von Momo Aber der ist hart im Nehmen Der steht gleich wieder auf Und hilft seiner Mannschaft Beim ersten Eckball Dieser Partie Lang gezogen Hat die Siege Ist da angegangen worden Von Dadaschow Klare Sache Das hat Schiedsrichter Piccolo gesehen Ja Und Giorgio Contini Muss bereits eingreifen Startviertelstunde Zum Vergessen Für Die Zürcher Aber auch Klasse gespielt Von St. Gallen Und sie hatten gar noch Zwei weitere Möglichkeiten Das Score Zu erhöhen Oh GZ tut sich ganz schwer Mit diesem St. Galler Pressing Gewinnt bisher Überhaupt kein Land Gelb für Bola Gelb für Bola Erste Verwarnung in diesem Spiel Ja ein bisschen Mit gestrecktem Bein Auf Quintia los Und Magliza Mit dem Freistoss Auf Körtler Gar nicht so ungefährlich Wenn er diesen Ball trifft Ist Moreira erneut geschlagen Ist Moreira erneut geschlagen Gertler musste Im letzten Spiel Gegen den FC Zürich Nach seiner Gelb-roten Karte Pausieren Jetzt ist er wieder dabei Offside Da hat der Assistent Zugewartet Richtig gemacht Ja da gibt es viel Nachzudenken Wie reagiert man Als Trainer Auf so Einen Start Auf so einen Missglückten Start Wenn sogar der grosse Routinier Der Abwehrchef Patzert Das tut weh Der Trainerseele Guter Ball Auf Dadaschow Der wird Zu Fall gebracht Von Magliza Und auch das Gibt Geld Ja da ist er kein Risiko Eingegangen Man spürt auch Dadaschow Mit viel Zug Aufs Tor Das hat Giorgio Contini Im Interview Vor der Partie Gesagt Mit Dadaschow Hat man Ein bisschen mehr Körper In der Offensive Und das hat Dadaschow Hier auch Gezeigt Hartes Eingreifen Von Magliza Zurecht Mit Gelb Geahndet Und Freistoss Für Geze Mittlerweile ist die Startviertelstunde Vorbei Geht sie Vielleicht mit der Ersten Möglichkeit Kawabe Und Schmid Stehen Bereits Was führen sie im Schilde Es ist Dominik Schmid In die Mauer Gute Arbeit Und wieder hat Magliza Etwas abgekriegt Dadaschow Gefällt mir gut Erneut Dadaschow Mit der ersten Möglichkeit Für die Grasoppers Und Magliza Hat ein Problem Stergiu Bereitet sich schon Einmal Auf einen Möglichen Einsatz Vor Hier Wehrt Magliza Mit dem Kopf Ab Ist vorher Schon Im Zweikampf Mit Momo Am Kopf Getroffen worden Und Das Medizinische Personal Untersucht Jetzt Ob Magliza Weiterspielen Kann Oder Nicht Hier Noch Einmal Das 1 0 Das Dribbling Von Latte Latte Da Lester Die Gesamte GC Hintermannschaft Stehen Auch Magreiter Und Dann Schlänzte Den Vorarbeit Von Julian Von Moos Auf Schubert 2 0 Magliza Wird Wohl Weiterspielen Können Stergiu Wird Wohl Wieder Auf Der Bank Platz Nehmen Keine Einfache Situation Für Den Jungen Ost Schweizer Leonidas Stergiu Er hat Seinen Platz In der Startelf Noch Nicht Gefunden Peter Zeidler Sagt Er Sei Ein Bisschen Näher Dran Er Trainiere Gut Aber Es Sei Noch Nicht So Dass Er An Still Hat Vorbeikomme Stergiu Will Unbedingt An Die Weltmeisterschaft Nach Katar Er Will Ins Ausland Transferiert Werden Aber Im Moment Spielt Er Nicht Kann Sich Nicht So Zeigen Alles Ein Bisschen Kompliziert Geht Aber Macht Unkompliziert Mit Dem Anschluss Tor Durch Franzis Mono Schön Vorbereitet Von Bolla Über Den Rechten Flügel Es Ist Wieder Was Los Im Letzten Grund Wenn Diese Beiden Mannschaften Aufeinander Treffen Viele Tore Tore Garantiert In Duellen Dieser Beiden Mannschaften Hier Tor Nummer Drei Momo Auf Vorlage Von Bolla 1 2 2 2 Das dürfte Giorgio Contini Dann schon ein bisschen besser gefallen Da hat man sich ein bisschen zu nachlässig gezeigt in der Defensivarbeit bei den Ostschweizern Und dann ging es schnell Durchatmen Giorgio Contini Das Spiel dauert noch lange Latte Latte Eckball für den FC St.Gallen Nein, das Spiel hat keine lange Anlaufzeit gebraucht Von Anfang an war hier etwas los Eckball Kindia Magliza schon wieder vorne mit dabei Und Kindia Möchte das Spiel etwas beruhigen Hat diesen Ball mit Absicht rausgelassen Damit Gindo einwerfen kann Klar, dass man das Tempo ein bisschen variieren muss Witzig Setzt sich durch Man kann nicht immer Nur powern Auch der FC St.Gallen kann das nicht Momo Magliza bereit Und die Fahne ist oben Und die Fahne ist oben Ja, richtig gesehen Aufzeitposition Und Momo Dem Torschützen Zum 1 zu 2 Wir haben hier Magliza Langer Ball in die Spitze Morera muss da mitspielen Julian von Mos ist in Position gelaufen Wieder wird Momo gesucht Wieder das Duell mit Magliza Das ist Tadaschow Und Magliza dazwischen Also alleine schon an der Häufigkeit Der Namensnennung Sieht man Wie oft St.Gallen's Nummer 5 Im Zentrum des Geschehens Stammt und steht Spielverlagerung Gut gemacht Von Gindo Rüber Auf Sutter Das ist Stillhard Und das ist Görtler Wird da abgeblockt Orientiert sich sofort wieder zurück Weiss er hat einen Fehler gemacht Aber Zu wenig Passgenauigkeit Bei den Grashoffers Dadaschow war diesmal der Sünder Losli im Laufduell mit Lattenart Das ist auch eines der Heissen Duelle In diesem Spiel Hier haben wir Gindo Mit Salzburg Meister und Köpfsieger geworden Hat auch schon ein bisschen Champions League Luft schnuppern können Mit Salzburg Ein paar Minuten Einsatzzeit Hat er bekommen Gegen Wolfsburg St.Gallen's Linksverteidiger Mit der Nummer 19 Abraschi Abraschi versucht zu verlängern Das ist gelungen Dann aber Der grossgewachsene Maglitzer dazwischen Das ist Patrick Sutter Und das ist Patrick Sutter Dengue Ja noch mit ein bisschen Abstimmungsproblemen Es braucht seine Zeit Bis die neuen Spieler So richtig Das Spiel Und die Spielweise Adaptieren können Ideen des Trainers Aufnehmen und umsetzen Also das Start furioso Ist dem FC St.Gallen Ganz eindeutig gelungen So wie das schon Sehr oft der Fall war Heute hat es wieder einmal geklappt Mit Toren in der Startviertelstunde Matthias Hüppi Der Präsident Auch zugegen Im letzten Rund Und auch gesehen Habe ich Paolo Tramezzani Den Trainer des FC Sion Der tritt morgen Hier im Letzigrundstadion Gegen den FC Zürich An Viel Arbeit Für den Platzwart Im Letzigrund Heute geht es Morgen der FC Zürich Am Mittwoch Dann das Abschlusstraining Für Den Europa Cup Und am Donnerstag Dann das Europa Cup Spiel Des FC Zürich Gegen Linfield Also der Platzwart Mit einer ganz ganz strengen Woche Platz für Patrick Sutter Bleibt gleich vorne Geht da etwas heftig Zur Sache Ist ja eine Offensivspieler Von seiner Ausbildung her Erst umfunktioniert Dann Fehler Von Stillart Der hat da auf Abseits Spekuliert Aber die Fahne ist unten geblieben Und Siggi Klärt gegen Momo Dann auf der Gegenseite Latte Latte Setzt sich durch Dann bleibt er aber doch An Losli hängen Aber das ist ein steter Unruheherd Von Los Schubert Nicht ganz geglückt Ball war offenbar nicht draussen Und Siggi Wie ein Libero Hat da gesehen Dass Stillart Nicht mehr rankommt Und hat vor Momo geklärt Also hatte Dadaschow In den ersten Guten Gehts-Szenen Öfter Etwas Mit diesen Aktionen Zu tun So ist es Jetzt vermehrt Torschütze Momo Ola mit dem ersten Assist In dieser Saison In dieser noch jungen Saison Gehtse hat ja erst zwei Partien ausgetragen Steht vor einer englischen Woche Am Mittwoch gibt es das Nachtragsspiel In Luzern Und dann geht es am Samstag Erneut auswärts zur Sache Im Tourbillon In Sion St. Gallen Empfängt am nächsten Samstag Den FC Luzern Und beinahe hier Der dritte Treffer Schubert Dann im Nachschuss Szene noch nicht vorbei Ndenge Und es gibt Abstoss Bei Andre Moreira Aber schauen Sie sich das an Witzig Ganz frech Wie er Andre Moreira stört Und Dann ist es Schubert Der Noch einmal zum Abschluss kommt Fast wär's gelungen Christian Witzig Und dann Moreira Mit der Faust Das ist unglücklich gelaufen Da dieser Zusammenprall Ja Moreira Mit Licht und Schatten In diesen ersten Knapp 32 Minuten Stillehardt verliert das Kopfballduell Gegen Momo Gintia Treibt das Spiel an Nimmt Gindo mit Auf der linken Seite Witzig gut gelaufen Macht ein Gutes Spiel Es gelingt ihm nicht alles Aber sehr Viel Initiative Auf seiner Linken Seite Letzte Woche Spielte er noch Im rechten Mittelfeld Löst also auch diese Aufgabe Sehr gut Langer Ball Auf Emanuel Latelat Ah da lässt er sich fallen Das gibt Abstoss Bei Moreira Da hat er wohl gespürt An diesen Ball komme ich nicht mehr richtig ran Dann versuche ich es mal Mit dem Kontakt Am Boden Dadaschow Behauptet sich Gegen Magliza Und gegen Witzig Witzig Bringt dann Dadaschow Zu Fall Zum zweiten Mal Das ein Foulspiel An Dadaschow Eine gelbe Karte Zufolge hat Das war auch bei Magliza Der Fall Schwer zu stoppen Dieser Dadaschow Renat Dadaschow Aus Wolferhemden Dem Partnerverein Gekommen Kawabe und Schmid Wieder beim Freistoss Wieder Schmid Sigi aus dem Turm Das ist Abraschi Und die St. Galler Bleiben da relativ passiv stehen Sehr zum Ärger von Peter Zeidler Da hätten sie sich längst ein bisschen Nach vorne wieder orientieren Können und sollen Ja hier die grosse Chance für Momo Chance zum Ausgleich Gatler Losli gerade noch so Latellat hat schon wieder gelauert Erinnert in seiner Spielweise ein bisschen auf Al Jean Den früheren St. Galler Den man auch aus Salzburg geholt hatte Dribbelstark mit Zug aufs gegnerische Tor Das sind sicherlich die Hauptmerkmale von Emanuele Latellat Latellat St. Galler ein bisschen zurückhaltender geworden Dann aber von Moos Latellat Von Moos Ja da wird's eng Doppelpass Mit Witzig Sehr gut gespielt Schubert Schubert Eieieiei Wie durch Butter spielen sich die Ostschweizer Schubert reklamiert da Sei gefoult worden Hier der Doppelpass mit Von Moos Von Moos Der schaut Und Schubert Der dann in Magreiter Rein stolpert Viel Verkehr vor Andre Morera Sicherlich ein Chancenplus insgesamt für die Ostschweizer Aber jetzt Cavabe im letzten Moment gestoppt Angespielt von Bolla Oh, da hat ein Glück gehabt Gindo Bolla hat spekuliert Ballverlust von Kintia Seht man selten Dadaschow Und das gibt Eckball Wieder herausgeholt von Dadaschow Gefällt mir sehr gut Sehr aktiv Viel unterwegs Weite Wege Und stets gefährlich Mit viel Druck Mit viel Körper Cavabe Oh, Sigi Nicht ganz geglückt Diese Faustabwehr Marreiter Secco Eines kann Jetzt schon Festgestellt werden Auch im 43. Anlauf Schafft es Geze In einem Heimspiel In der Superliga Nicht Zu Null Zu Spielen Letztmals Gelang das Vor mehr als Vier Jahren Bei einem 0 zu 0 Gegen Lausanne Seither hat Geze Zu Hause Immer Mindestens Einen Gegentreffer Einkassiert Heute Waren es Bislang Zwei Und es hätten Auch drei Oder vier Sein können Abraxen 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 Im Duell Mit Quintia Macht das Spiel Schnell Magreiter Losli Bola Ja Ein bisschen Zu steil Aber Das zeigt Auch Eine gewisse Unerfahrenheit Von Gindo Nicht zum ersten Mal Dass Bola An ihm Vorbeizieht So entstand Ja auch Das Anschlusstor Der Grasshoppers Über die rechte Seite Also Gindo Der junge 19-Jährige Viel Einsatz Viel Offensiv Drang Aber Im Defensivverhalten Kann er sicherlich Noch dazu lernen Muss er dazu lernen Magreiter Und wieder Ist es gefährlich Geworden Weil Von Moos Druck macht Auf den Ballführenden Momo Super gespielt Kawabe Dadashov Läuft mit Kawabe Und Eisigi Gefordert Ein Super Konter Haben sie gesehen Wie Schnell Das ging Ein paar Wenige Ballstafetten Und man War vor Dem gegnerischen Tor Kawabe Gelingt es nicht Atisigi Zu überwinden Klasse Szene Der Grasshoppers Und Natürlich auch Des Sankala Keepers Applaus Aus dem Sankala Fanblock Für Dieses Generöse Sich Einsetzen Von Stürmer Emmanuel Latte Latte Einwurf Bola Von GZ Verteidiger Secco Latte Latte Legt zurück Quintia Witzig Witzig Ei 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 Ja Immer wieder Probleme In der Mannschaft In der Defensiv Arbeit Rund um Georg Magreiter Immer dann Wenn St. Gallen Schnell Kombiniert In die Tiefe Spielt Dann Wird's Gefährlich Eckball Nummer Zwei Für die Ostschweizer Mit Quintia Oh Lattenkopfball Von Latte Latte Wie der Name schon sagt Hier noch einmal Die Szene Schubert Verlängert Und Latte Latte Die Latte Rettet Auch jetzt Wieder Grosser Einsatz des Stürmers Ja Sie kämpfen Um jeden Ball Wie das Ihr Trainer Auch Verlangt Nachspielzeit Mindestens Eine Minute Zürich Gibt noch einmal Freistoss Für den FC St. Gallen Vielleicht noch Eine letzte Aktion Der lange Ball Von Stillhardt Aber Margreiter Hat aufgepasst Und fast noch einmal Ein Ball Verlust Ja er ist Verloren Kawabe Und Abraschi Mit der Möglichkeit Auch diesen Konter Abzuschliessen Mit einem Tor Das ist nicht gelogen Das ist nicht gelogen Aber dann Ndenge Mit dem 2 zu 2 Fussball Total Verrückt In dieser Schlussphase Da vergibt Abraschi Die Todsissere Nach einem Konter Und dann Kommt der Ball Zu Ndenge Und der Haut Einfach Drauf Und Überlistet Auch Abdi Sigi 2 zu 2 Schon Wieder Vier Tore Im Spiel Zwischen GC Und St. Gallen Zeidler hat Die gelbe Karte Noch gesehen Hat Reklamiert Wegen Irgendetwas Ist Verwarnt Wurden Wird Jetzt Vom Vierten Offiziellen Informiert Ja was Für Ein Spiel Ein Blitzstart Des FC St. Gallen Mit Den beiden Frühen Toren Von Latte Latte Und Von Schubert Dann In der 20. Minute Der Anschlusstreffer Von Momo Und Matthias Hüppi Ärgert Sich Über Diesen Zweiten Gegentreffer In Der Nachspielzeit Der Ersten Halbzeit Als Man Schon Dachte Der FC St. Gallen Können Mit Einer Führung In Die Pause Gehen Die Möglichkeit Hatte Noch Einmal Nach Vorne zu Spielen In Einen Konter Lief Nach Einen Ballverlust Und Dann Das 2 2 2 2 2 Ich Gebe Runter Zu Gianni Wieler Er Hat Einen Interview Partner Ja Zindenge Was für Ein Tor 2 2 Unentschieden Nach 45 Minuten Ihres ersten Goals In der Schweiz Wahnsinn Oder Ja Mein Erstes Tor War Wichtig Wir Haben Die Ersten 15 20 Minuten Total Geschlafen Aber Nachher War Dann Ein Bisschen Bisschen Was Ist Aus Ihrer Sicht Der Schlüssel Der Zweite Teil Der Erste Halbzeit Der Geze Muss Mitnehmen Für Die Zweite Halbzeit Dass Man Gegen Die Aktive St. Gallen Wir Haben Die langen Bälle Besser Verteidigt Und Den Zweikampf Besser Und Das Haben Wir Am Schlecht Gemacht Also Jetzt Aber Noch Mal Das Goal Anschauen Und Motivation Sammeln Danke 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 Die Credit Suisse Superliga Auf Blue Wird Ihnen Präsentiert Was für ein Spiel Am Samstag Abend Also Wir können fast nicht mehr raus An Szene Rauslegen Goals zu zählen Wenn wir gerade mal so an Wie das Spiel losgegangen ist Mit der 5. Minute Das erste Goal Emanuel Latte Latte Wunderbar Wie er sich durchsetzt Ja Da kommt er schon entgegen Am Ball Schaut jetzt Wo er Platz findet Und Pola Schaut nicht gross auf ihn Greift er jetzt nicht gross rein Am Schluss noch Mal gerät er durch die Beine Und dann herrlich Wenn er es abschliisst Also Die Defensive Die wir von der GZ so gelobt haben Hat uns da schön Oder mich Lügen gestraft Da sind es Also Ja Da sieht es nicht gut aus Überhaupt nicht Aber es ist natürlich Sensa Zven Wieder die Kiste macht Der Team Deng Hat es jetzt gesagt Die ersten 20 Minuten Haben sie eigentlich geschlafen Wenn wir es explizit In dieser Szene Noch mal anschauen Da war es vor allem Einer Der geschlafen hat Wenn ich die Richtung Zuhörst habe Äh Ja Ich weiß nicht Ob wir es jetzt noch einmal Sehen Doch doch Jetzt kommt sie Ja Ja Pendegus Bolla Oder wo eigentlich Emanuel Atelat Komplett vergessen hat Genau Was wir jetzt sehen Und am Schluss Wie er durch die Beine Durchspielt Bei Marc Reiter Genau Ja Der Pendegus Bolla War nicht zu früh Mit der Analyse Das macht sie Selbst Du So schnell Hat die KC St.Gaue auch losgelegt Genau In der 12. Minute Können sie nachlegen 2 zu 0 Fabian Schubert Lanciert Von Julian Fomos Ja Geschlechte Ballannahme Schon wieder Er eigentlich Von Mons Super Schubert Schliest Ähm Was ja Das dritte Goal Von ihm Und das erste Auswärts Wo er schiessen Seit er in der Reihe Ist Vom FC St.Gaue 2 zu 0 Führung Nach zwei Minuten Den haben wir gefunden Ja Ist ein wunderbar Guter Start Vom FC St.Gaue Wo das Pressing halt Aufgegangen ist Weil man zwei Ehm ist schlafen Und das andere Mal Nicht ganz eine saubere Ballannahme Aber die GZ ist verwacht Mit einem schnellen Umschaltspiel Und einem Franzis Momo In der 20. Minute So wie sie die Goal machen Wie sie die Goal immer gemacht haben Bis jetzt So haben sie das Gas gemacht Äh Kawabe da sicher Auch wieder Auszustreichen Man sieht es Dann gerade wieder Den Ball Weiterleitet Pola macht es im Fehl Wieder gut Momo läuft Richtig Und schliesst ab 1 zu 2 Dann Hat es Hervorragende Möglichkeiten Noch gegeben Auf der einen Seite Von GZ Zum Beispiel Der Abschluss von Kawabe Oder auf der anderen Seite Von FC St.Gaue Wo sich Moreira Noch ein bisschen In Bedrängnis bringt An was liegt das? Einfach wo beide Mannschaften Mit offenem Visier spielen Weil es generell ein Fehlerprägtes Spiel ist Oder Es ist ein ganz spezielles Spiel Ich sage Auch von GZ Ist man sich das nicht gewöhnt Dass eigentlich so Fehlen passieren Und sie am Anfang Nicht bereit sind Dass St.Gala so kommt Das weiss man Wie sich aber St.Gala dann Nach der 2-0-Führung Auch schon wieder Ein bisschen zurückgezogen hat Es ist auch Es ist auch im letzten Spiel Mit der Führung Gegen die FC Zürich Sind sie plötzlich Werden sie vorsichtig getroht Sie nicht mehr so weiter zu spielen Und dort Wir haben es noch nicht so Die Waage Noch nicht gefunden Wie man dann So ein Spiel weiterführt Wenn du mal führst Dass du nicht gerade wieder In Bedrängnis kommst Und sie sind eigentlich Ja Es ist dann natürlich Zufall Dass So kurz vor der Pause Das 2-2 fällt Aber eigentlich Konnte man darauf warten Sie haben Die GZ hat dann wirklich Plötzlich 2-3 Chancen Chancen gehabt Der William Seit dem Dengue Von Luzern kam Hat das wunderbare Goal geschossen In der Nachspielzeit Von der ersten Halbzeit Und du hast vorhin gesagt Ja Seidst du dir schon nicht ganz sicher Ob es Schlau war von Luzern in Schwab Nein Also das haben wir Wir haben es auch schon diskutiert Er hat Eine grosse Verletzungsgeschichte Hinter sich Das ist ja so Aber wenn man ihn In Luzern schon Angesucht hat Hat man einmal gemerkt Da ist irgendetwas rum Und ich glaube In den ersten Spielen Bei GZ hat das auch gezeigt Dass er defensiv Sehr solid ist Und jetzt macht er Ein herrliches Goal Ein überlegtes Goal Also bin ich ganz sicher Dass Luzern Nicht einmal bereut Dass sie ihm nicht Ein bisschen mehr Zeit GZ freut sie Oder? Natürlich Weniger erfreulich Ist eine Geschichte Die im Vorfeld Von der Partie Für GZ Und zwar Geht es um Ein heimale Gleihspieler Und man kann sie sehen Der Heik Unter anderem In der Zeit In der Zeit In der Verletzung Er war Und jetzt erhebt Der FCB Schwere Vorwürfe Gegen GZ Sie seien da nicht Richtig verfahren Mit ihrem Alleinspieler Gianni Weiler Du bist Im Stadion Du hast Natürlich Der Geschichte Nachgehen Was ist im Moment Der aktuelle Stand Rund um die Geschichte Um ein heimale Gleihspieler Bei GZ Um ein Kaliszen Ja Ich bin natürlich Ein bisschen Auf die Suche gegangen Ich habe versucht Hier Informationen Überzukommen Was nicht ganz so einfach ist Mal vorneweg Von GZ Möchte niemand Öffentlich Zu dieser Thematik Stellung nehmen Und das Aus mehreren Gründen Zum einen Geht es da Um irgendein Medizinisches Bild Da ist man auch An einer gewissen Schweigepflicht Selbstverständlich Irgendwie unterlebt Darum kann man In dieser Thematik Keine Infos geben Es ist auch Irgendwo Eine rechtliche Situation Die umlaufen ist Also eigentlich Wie das Laufendes Verfahren Wenn man das so Möchte definieren Das macht es eben Auch nochmal Ein bisschen schwieriger Ich habe aber doch Mit dem einen Oder anderen Von GZ Gered Mit den Medienchefen Mit Sportchefen Bernd Haas Und so weiter Und sie haben alle gesagt Ja Es ist uns Die Thematik bewusst Und wir werden auch Mit dem FC Basel Irgendeiner Form Den Kontakt suchen Und versuchen Dort dann auch Eine Lösung Anzubringen Das ist eine Seine Geschichte Rund um den Match Aber wisst ihr was Ich bin Gottfroh Hat die erste Halbzeit Ja Fussballer Ist Ziemlich etwas Das geliefert Da können wir uns Nämlich dann Nachher wieder Um diese Themen Kümmern Und trotzdem Wollte man natürlich Die Möglichkeit Jetzt nicht lassen Das schmückt Nach einer richtigen Sportchefgeschichte Oder Fredi Bickel Also ein Leihspieler Vorur vom FCB Jitsa Gezen Wie schätzt du das ganze Ding ein Bezüglich dem Was wir jetzt aktuell Wissen Darüber Man kann es einfach V aussen beurteilen Von dem Was man gehört hat Was ich auch Aus der Praxis Ist schon so Wenn du einen Leihspieler Hast Dann tust du Eigentlich jede Verletzung Auch wenn es eine kleine Ist Dann tust du Immer gerade Mit dem Klub Absprechen Muss man operativ Eingreifen Oder muss man sogar Spritzen Oder sonst Irgendwo behandeln Dann tut man Eigentlich sogar Normal Der Spieler Zurückschicken Dass er von seinem Verein Behandelt werden Das ist der normale Ablauf So wie ich ihn Kenne Selbst da natürlich Zwischenabsprachen Gäbe hat Ob Basel Wirklich nichts Gewusst hat Dann wäre es Nicht gut Das muss ich Sagen Vor allem wenn Sie selber Etwas machen Was eigentlich Sonst Klar den Klub Macht Oder den Spieler Hört Man könnte jetzt Natürlich sehr Bös sein Also nur Und sagen Ja natürlich Im FCB Sind natürlich Millionen In dem Sinn Vielleicht Der Finger Geronnen Wegen dem Oder Und das ist Natürlich Doch eher Ein Ärgernis Ja sicher Ist das Ein Ärgernis Wobei sie Auch Glück Hatte sie Nicht so gut Ausgehandelt Hatte Den Leihvertrag Weil Dann hätten sie Auch Klausel Dass sie Den hätten Übernehmen Die hat man Vergessen Darum Hatte Basel Überhaupt Schance Zu verkaufen Nein Aber So oder so Da kann man Jetzt nicht Nur Auf Klar Wir wissen Wie wichtig Das Geld Im Fussball Ist Aber ich muss Schon sagen Eingriff Wenn es Dann wirklich So wäre Und wenn es Auch nur Spritzen Ist Wo der Klub Wo der Spieler Gehört Nicht weiss Dann ist das Keine gute Geschichte Also wir schauen Wie die Geschichte Weitergeht Wir wollen uns Aber auch An die Mahnworte Von Gianni Wiener Halten Und natürlich Vor allem Über Fussball Reden Wir haben Wunderbare Erste Halbzeit gesehen Kurz in der Werbung Und sind dann Zurück Und schauen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Egal wann, egal mit wann Zwei Teams 90 Minuten 180 Wetten Deine Chance Jetzt wetten und den Schweizer Sport unterstützen mit Sporttipp Deine Chance Deine Chance Deine Chance Deine Chance Lieben Sie Kinder mehr als Ihnen lieb ist? Es gibt Hilfe Anonym und kostenfrei Schokie immer überall In Tick Schokie Fendue Egal wo, egal wann, egal mit wem Sie hatten zwei große Titel in der Tasche Die Champions League und die Europa League Und nun treffen die Giganten aufeinander Real Madrid gegen Frankfurt Am Mittwoch ab 20.30 Uhr Live im FreeTV auf BlueZoom Der UEFA Super Cup auf BlueSport wird Ihnen präsentiert von Just Eat und Oppo Offizielle Sponsoren des UEFA Super Cup Die Credit Suisse Super League auf Blue wird Ihnen präsentiert von Credit Suisse Sporttipp LG und unterstützt von Swisscom Was für ein Spiel in der ersten Halbzeit? 2 zu 2 Zwischen geht es unter dem FC St. Gallen Die Akteure teilweise schon wieder zurück auf dem Feld Erwartet, ist etwas ähnliches Furioses jetzt, Fredi? Ich bin gespannt auf St. Gallen Wie sie jetzt reagieren Das ist dumm Wie man so eine Führung aus der Hand gegeben hat Ich weiss wirklich nicht Wie sie jetzt auf den Platz kommen Können wir so wieder versuchen Wie von den ersten Minuten an Wird aber ganz schwierig für sie Dass sie jetzt umstellen können Und vor allem mit dem Schlag Dass das 2-2 so kurz vor der Pause Überkommen ist Also eher geht es Ihnen im Vorteil für Sie Im Moment Ja, aber jetzt tue ich den Tipp Nicht nur eine Scheibe Nein, nein Jetzt können wir auch nicht mehr Mit dem Startschuss von diesem Spiel können wir ihn nicht mehr ändern Also Wir geben Abbausse zu Dani Wiler Und freuen uns auf Endlich unterhaltsame 2.45 Minuten Willkommen zurück Willkommen zurück im letzte Grundstadion Und die Mine bei den GC Chinesen Die hat sich ein bisschen aufgeheitert Nach dem späten 2-2 Matthias Hüppi hat sich auch wieder ein bisschen beruhigen können Aber das war schon ein Megaflop Dieses 2-2 Da hatte der FC St. Gallen die Möglichkeit Nach vorne zu spielen Verliert den Ball Läuft in einen Konter Der Schuss von Abraschi wird abgewehrt Und dann dieses Wundertor Von Ndenge Zum 2-2 Dominik Schmid Nach neun Sekunden Bereits wieder An vorderster Front anzutreffen Also uns darf es und soll es recht sein Wenn es in diesem Stil weitergeht Wie vor der Pause 18 Treffer gab es in der vergangenen Saison In den 4 Spielen Und heute sind es auch schon wieder 4 Also offensiv Da hat der FC St. Gallen sicherlich das gebracht Was sich der Trainer vorgestellt hat Aber defensiv Sah es wie beim Gegner GC Nicht besonders vorteilhaft aus In einigen Situationen Gelbe Karte An die Adresse von Latte Latte Auch Giorgio Contini Schaut wieder ein bisschen lockerer rein Als nach dem 0-1 und dem 0-2 Die beiden Gegentore innerhalb von 11 Minuten Nein, von 6 Minuten Bis zur 11. Minute Moralisch Geze sicherlich Im Vorteil Kawabe Auch heute wieder ein starkes Spiel Auch wenn ihm dieser Abschluss Nicht gelungen ist Kawabe So etwas wie der Spielgestalter Das Hirn Bei Geze In einer zentralen Position Geht auch selber gerne in den Abschluss Wir haben hier zwei der Torschützen gesehen Ndenge und Latte Latte Wir haben hier zwei der Torschützen gesehen Keine Änderungen in beiden Mannschaften Das sei noch angefügt Zubta Görtla Und immer wieder Suchmann Latte Latte Und er läuft auch immer In diese offenen Räume rein Witzig Holt einen Eckball heraus Auch das Eckenverhältnis ausgeglichen 3 zu 3 Auch das Eckenverhältnis ausgeglichen 3 zu 3 Morera Stillhart Und der nächste Eckball Nach dem Kopfball von Von Moos Mit dem Eckball von rechts Guter Kopfball Aber Morera ist zur Stelle Guter Kopfball Aber Morera ist zur Stelle Guter Kopfball Schön hochgestiegen Im Duell Im Luftduell mit Dominik Schmitz Baute Achtung, wieder ein Vorstoss der Ostschweizer ... Es sind manchmal ganz einfache Bälle Die der FC St. Gallen spielen Spielt aber mit denen her, der GC-Abwehr Probleme bereitet. Görtler und Seko. Werden beide weitermachen können, beide humpeln ein bisschen nach diesem Zweikampf Freistoss für den FC St. Gallen. Geräusche, der sich eine Schöpfung im. Werden die Lieden nicht in der Schöpfung im. Die Lieden nicht in der Schöpfung im. Werden die Lieden nicht in der Schöpfung im. Holdenää! Ein Ruf, Sutter. Fondos. Ja, da kommt er nicht mehr dran. Viel Einsatz. Der Platz des jungen Stürmers, 21-Jährig, immer wieder an Toren beteiligt. Auch heute zwei hat er schon erzielt gegen den FC Zürich. Auch in der Schlussphase der letzten Saison war Julian von Moos ein wichtiges Puzzlestück im Ensemble von Peter Zeidler. Er hat sich hervorragend eingelebt. Kawabe mit einem tollen Pass. Momo. Ja, wieder hat Kawabe seine Klasse gezeigt. Seine Übersicht, sein gutes Auge. Aber diesmal hat die St. Galler Hintermannschaft aufgepasst. Nenge. Im 43. Superleague-Spiel gelang ihm das erste Ton. Torhüter-Trainer Jagdstiel im Zwiegespräch mit seinem Chef, mit Giorgio Contini. Die beiden wurden ja zusammen mit dem FC St. Gallen im Jahr 2000 Schweizer Meister Jörg Stiel und Giorgio Contini. Heute gemeinsam also im Staff der Grasshoppers. Ja, Giorgio Contini hat sich etwas besser auf den Gegner eingestellt. So nach 20, 25 Minuten. Am Anfang des Spiels, da war das wirklich ein wilder Haufen, der da versuchte, die St. Galler Angriffe zu stoppen. Am Anfang des Spiels, da war das noch ein wilder Haufen, der da war das noch ein wilder Haufen. Am Anfang des Spiels, da war das noch ein wilder Haufen. Quintia. läuft sehr viel über die linke Seite mit Christian Witzig Sutta mit links abgeblockt im letzten Moment die erste Großchance für die St. Galler in der zweiten Halbzeit Ausgangspunkt Christian Witzig und dann viele Freiheiten sowohl lateral abstandfrei als auch Patrick Sutta Nächster Eckball Magliza steigt hoch kommt nicht an den Ball Ja auch in dieser zweiten Halbzeit kein langes Abtasten gleich geht's zur Sache ein sehr attraktives Spiel Das ist Gindu Witzig Lattelat wartet schon die beiden verstehen sich schon ordentlich gut Witzig und Lattelat Das ist Gindu Sutta kommt mit Sutta gegen Schmied Keine wirkliche Torgefahr Aber St. Gallen kommt wieder ein bisschen besser ins Spiel Kavabe Ihn muss man kontrollieren können dann hat man gegen Geze schon vieles gut gemacht Lattelat leitet weiter Witzig auf von Moos 3 zu 2 Aber der Treffer zählt nicht Da bin ich gespannt Ja Tendenziell offside würde ich schon sagen Ja Knapp aber doch aber sehr gute Aktion die das unterstreicht was ich vorhin gesagt habe dass der FC St. Gallen zurückgefunden hat in sein Spiel Ja das kostet Nerven Andre Moreira wird ermahnt von Schiedsrichter Piccolo Abraschi Aber auch hier ging die Fahne hoch Aber Abraschi findet schon zum zweiten Mal seinen Meister in der Person von Lawrence das hat die Sigi Julian von Moos fast wäre ihm der dritte Saisontreffer gelungen gut in Position gelaufen das Zuspiel in die Tiefe ist angekommen Ballverlust von Quintia Momo und Kawabe der wieder in Position gelaufen ist vorderster Mann war plötzlich hat etwas die Genauigkeit gefehlt beim Zuspiel auf Kawabe zu steil der Ball ist weg Tadaschow den wir eben groß im Bild hatten mit einer guten ersten Halbzeit hat den St.Gallern Probleme bereitet leitet hier den Ball per Kopf weiter zu Momo der läuft auf bei Patrick Sutter Schmid Ndenge Abraschi Bolla da haben sie das Geze Mittelfeld Götler St.Gallen bleibt am Ball Sutter Kintia der sieht dass Gindo Platz hat auf seiner linken Seite Ballspiel von Magliza wird gehandelt von Schiedsrichter Luca Piccolo und ein erster Wechsel Kündigt sich an Herz wird kommen gehört nicht mehr zur ersten Elf wie das noch zu grossen Teilen in der letzten Saison der Fall war erfolgt der Wechsel jetzt schon ja Abraschi wird aus dem Spiel genommen das mag er nicht besonders Abraschi ein paar Blicke zu Giorgio Contini und es braucht dann auch eine Erklärung des Trainers warum er Abraschi rausnimmt also neu im Spiel Herz für Abraschi Herz in der Tendenz ein etwas offensieferer Spieler als Abraschi es ist aber im Moment ist es die St. Galler Offensive mit von Moos Quintia Görtler aber guter Einsatz von Cavabe auch defensiv das ist ein Falschspiel von Stillhard an Momo juni z Z Z Z Z Z Z Freistoss für Geetze. Lukas Görtler. Mit dieser Aktion hat er sich für den nächsten Schwinget qualifiziert. Aber im Fussball ist das ein Foulspiel und darum Freistoss. Erste Aktion des neuen Christian Herz. Und nun kommt dort St. Gallen. Langer Ball auf Julian von Moos. Hält sich Kawabe vom Leib von Moos. Legt quer. Und dann ist Andre Moreira. Da, um den Schuss von Schubert zu parieren. Da haben die Ostschweizer zu wenig rausgeholt. Formos. Clever, wie er sich da Kawabe vom Leib hält. Macht er prima. Der Abschluss von Schubert nicht gut genug für ein Tor. Görtler wie stets mit vielen Zweikämpfen. Aber das Spiel läuft ein bisschen an ihm vorbei. Hat nicht den Einfluss aufs Spiel der Ostschweizer, wie man das sonst von ihm kennt. Aber weiterhin hochattraktiv. Es läuft etwas im letzten Rund. Und auch stimmlich geht etwas. Vor allem der lautstarke St. Galler Block macht sich bemerkbar. So, Gegenstossmöglichkeit. Wenn es schnell geht. Latte, Latte. Ja, und dann ist die Chance vorbei. Witzig mit dem Abschluss. Aber problemlos für Andre Moreira. 6'700 knapp gezählt sind hier im Stadion. Einige Hundert aus der Ostschweiz sind mit angereist. Ja, Rempler von Görtler nach der Körpertäuschung von Dadaschow. Gehört zur Nationalmannschaft des Aserbaidschan. Aber hat auch schon in Deutschlands U16 und U17 gespielt. Ist in Deutschland aufgewachsen. Renat Dadaschow. Jetzt Freistoss mit Herz. Maglitzer. Das gibt Eckball. Wieder einmal einer für Gehze. Auch das ein Fall für Christian Herz. Nicht ungefährlich. Noch einmal Herz. Und das dürfte Eckball geben. Jawohl. Hat die Sigi Vau noch dran mit den Fingerspitzen. Also ein gelungener Einstand für Christian Herz. Von dieser Seite ist es Dominik Schmid. Und das ist das Führungstod für Gehze. Und schon wieder ein Dengel. Wenn ich das richtig gesehen habe. Nach einem Eckball. Lange hat er nicht getroffen. Und Kaisun jetzt kann er glücklicher reinschauen. Sieh in den Dengel. Doppeltorschütze für Gehze. Also dieses 42. Spiel. Das hat es in sich für Zin in den Dengel. Super League Tor Nummer 1. Und Super League Tor Nummer 2. Vom 0 zu 2 zum 3 zu 2. Meine Güte. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Doppeltorschütze für den Vorten vor OVT. Lucaci Belli wartet noch zu. Wird der Treffer noch einmal angeschaut? Jawohl. Alles okay. Gehze für 3 zu 2. Vom Moos. Gleich mit einer Aktion. Sie hatten die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Und ein Spieler liegt am Boden. Ich glaube, Seko ist es. Margreiter hilft seinem Kollegen. Seko einer der drei Verteidiger bei Gehze. Und hier noch einmal das Tor. Eckball Schmid. Und dann bringen sie den Ball nicht weg. Die St. Galler zieht in den Gesackt Dankeschön. Und trifft zum zweiten Mal für Gehze. Gehze riesen Frust bei den Ostschweizern. Nach einer Standardsituation. Erstmals in dieser Saison wird St. Gallen nach einem Eckball bezwungen. Und jetzt sieht man ein sehr optimistisches Gehze. Die St. Galler irgendwie angenockt. Es braucht die Routiniers. Es braucht die starke, routinierte Achse mit Stillhardt, Gintia, Görtler. Um das Ruder wieder herumzudrehen. Nächste Möglichkeit für Julian von Moos. Eckball. St. Gallen. Und Seko hat ernsthafte Probleme. Sieht nicht danach aus, dass er weiterspielen kann. Zum zweiten Mal braucht er Pflege. Das halbe Dutzend ist voll. Görtler und Witzig verlassen das Spielfeld. Gimeno kommt. Und auch Randy Schneider, der Mann mit Gehze-Vergangenheit. Randy Schneider, Mittelfeldspieler. Gimeno, ein Angreifer. Platz für Gehze-Vergangenheit. Platz für Gehze-Vergangenheit. Scheint doch noch weiter zu gehen mit ihm. Gimeno. Im Moment in Unterzahl. Schubert flankt. Das ist Gimeno. Suttas Reingabe und siebter Eckball für den FC St. Gallen. Der wieder etwas mehr Druck machen kann. Randy Schneider. Und dann. Randy Schneider. Vier Spiele hat er für die Grasshoppers bestritten in der Meisterschaft. Dann ist er zum FC Aarau weitergegangen und der FC St. Gallen hat ihn übernommen. Einer, der Druck machen kann mit dem Ball am Fuss. Ja, die EC hat nicht nur einen Zwei-Tore-Rückstand wettgemacht, sondern auch noch eins draufgelegt. Wenn man hier gewinnen würde, dann wäre das erstmals seit November 2013 der Fall, dass man nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch gewinnen konnte. Damals ging es gegen den FC Aarau. Bezio kommt für Latte Latte. Der ist ausgepowert. Hier noch einmal sein Super-Tor zum 1 zu 0. Da war die St. Galler Welt noch in Ordnung. Und auch Geze wechselt noch einmal. Pusic steht bereit, kommt für Momo. Zwei-Tore-Rückstand noch in Ordnung. Applaus Er ist sozusagen auch ein neuer im GC-Dress, auch wenn er schon viele Jahre dabei ist. Aber er war lange, lange verletzt, krank, stand nicht zur Verfügung und ist glücklich, wieder dabei sein zu können. «Prentice, Marlowe, von 9-7, und für den Tag, Peter Kudic!» Moreira muss da klären. Ja, alles was Peter Zeidler in Offensive hat, hat er eingesetzt. Mit Gimeno, mit Bezio jetzt auch noch. Zutra, Stillhard, das ist Magliza. Und losliegt, geht kein Risiko ein. Ja, was für ein Spiel! Schon fünf Tore, ein Auf und Ab, viele Torschossen, beide Torhüter extrem gefordert. Und St. Gallen, Aufholjagd mit Schubert! Nächste Gelegenheit zum Ausgleich. Gut gemacht von Schubert, am ersten Pfosten hat er gelauert, schneller am Ball als Magreiter. Nicht unbedingt sein Spiel. Und auch Moreira muss sich pflegen lassen. ватte das Zahl der Schubert Nousts, Brems hope! Gf! 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 Dominik Schmid zurückgehalten von Julian Fonnos. Ja, es ist wirklich ein stetes Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Wenn ein Lukas Görtler ausgewechselt wird, dann heisst das, dass er gewisse Probleme im Spiel hatte. Und die hat Peter Zeidler auch gesehen. Und jetzt langer Ball. Morera. Aber die Fahne ging hoch. Abseitsposition von Gimeno. Ja, ganz knapp. Aus dieser Kameraeinstellung nicht hundertprozentig zu klären. Ah, Seko hält durch. Beisst auf die Zähne. Noch gute zehn Minuten. Und einen Schönheitspreis gibt es ohnehin nicht. Darum schiesst man den Ball auch mal weit aus der Gefahrenzone. Wenn man in Führung liegt. Ball draussen. Oft schon hat Geetze in der Schlussphase jeweils noch Tore einkassiert. Giorgio Contini hofft, dass das in dieser Saison und vor allem auch im heutigen Spiel nicht mehr der Fall ist. Bei den St. Gallern bleiben noch gut zehn Minuten, um hier wenigstens einen Punkt zu holen. Oder bleibt es dabei? Zuhause Topf, auswärts Flopf. St. Galler gewonnen drei Heimspiele in Folge. Alle zu null. Aber sie verloren. Saisonübergreifend auch dreimal auswärts. Bei IB 1 zu 4. Bei Geetze noch in der letzten Saison 2 zu 3. Dann zu Saisonbeginn in Genf 0 zu 1. Und heute bei Geetze steht es wieder 2 zu 3. Also das wäre dann die vierte Auswärtsniederlage in Serie. Saisonübergreifend für den FC St. Gallen. Dabei lautet die simple Rechnung zu Hause gewinnen und auswärts mindestens einen Punkt holen. Dann will man etwas reissen in der Liga. Ztergio wird kommen und Gregori Carlen wird seinen Einstand beim FC St. Gallen geben. Magliza gegen Pusic. Der Kroate bleibt Sieger. Oder ist Pusic auch kroatischer Herkunft? Ich weiss nicht mehr ganz genau. Schubert und Fonmos gehen raus. Gregori Carlen und Stergiu kommen rein für die letzten paar Minuten. Stillhard und Schubert also nicht mehr dabei. Das ist Stergiu. Sutter. Kintia. Magliza. Stergiu. Holt einen Eckball heraus. Der Innenverteidiger. Nach Ecken liegt der FC St. Gallen in Führung. 8 zu 5. Das Eckballverhältnis aber was wichtig ist, das steht oben links. Noch führt GC 3 zu 2. Kintia. Versucht da einen Mitspieler in Position zu bringen. Julian von Moos mit dem Abschluss. Und jetzt lassen sich die Zürcher natürlich Zeit sehr zum Ärger von Peter Zeidler. Man ist mit grosser Zuversicht hierher gereist. Und es hat ja auch alles so wunderbar begonnen. Mit den zwei frühen Toren zur 2 zu 0 Führung. Magreiter gelb, weil er zu viel reklamiert hat. Von Luca Piccolo, dem Schiedsrichter, war praktisch gar nie die Rede. Das ist immer ein gutes Zeichen. GZ wird auch noch zwei Wechsel vornehmen. Es kommt Meritan Schabani und es kommt Thomas Ribeiro. Ribeiro war lange verletzt. Letzter Einsatz am 6. März gegen Servet. Heute soll er das Comeback geben. Und Meritan Schabani ist einer der Neuverpflichtungen bei GC. Die beiden sollen mithelfen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Aber noch stehen sie draussen. Gimeno in der Spitze. Nächster Eckball. St. Galler haben bisher in dieser Saison alle ihre Tore in der ersten Halbzeit erzielt. Auch heute noch ein gefährlicher Schuss aus der Distanz von Gindo. Gimeno mit diesem Abschluss hatte Andre Moreira so seine liebe Mühe. Musste sich da ganz lang machen. Fondos. Flanke kommt. Fondos. Flanke kommt. Stergiu. Das ist Randy Schneider. Wieder Stergiu. Das hat Kraft gekostet. Aber alleine schon durch seine Präsenz ist er sehr, sehr wichtig. Seine körperliche Präsenz der Giu mit langen Ball. Aber jetzt verteidigen sie zuverlässiger als noch vor der Pause die GC-Abwehrleute. Das gibt Freistoß für die Zürcher und zudem die Möglichkeit die Wechsel zu vollziehen. Dadasch-Officer getroffen worden. Zusammenprall mit Jordi Quintia. Ja, ein sehr abwechslungsreiches, auch ein sehr intensives Spiel. und jetzt werden die wechsel vollzogen thomas libero kommt für magreiter und schabani kommt für dadaschow sie sehen ihn humpeln vom platz gehen hat viel gearbeitet sicherlich auch heute wieder gute noten für den angreifer der grasshoppers den neuen angreifer 6 minuten gibt es oben drauf also noch etwas zeit dafür den fc st gallen doch noch einen punkt zu holen patrick sutter hat er auch schon eine tor möglichkeit wie vieles an galler entweder scheiterten sie an andere morera oder eine knappe offside position verhinderte den torjubel der präsident leidet mit auf der letzte grundtribüne offside entlastung für die st gala die den ball jetzt wieder nach vorne treiben oder spielen können es muss ein bisschen schneller gehen als sonst viel zeit bleibt nicht mehr der fc st gallen hätte die tabellen führung übernehmen können mit einem sieg berlin für sein erstes tor nach langer langer verletzungszeit mit diesem konnte die in der letzten moment kann ihn noch ein bisschen aus der ruhe bringen sodass Buzic verzieht. Von Moos. Alles ein bisschen überhastet. Nur weit weg mit dem Ball vom eigenen Tor. Das ist die Devise bei Getze. Und das gibt sogar noch einen Eckball. Saudum gelaufen aus St. Galler Sicht. Klar lassen sich die Blau-Weissen viel Zeit. Herz, Buzic. Herz, Buzic. Kintia. Und Schabani stochert da. Nach dem Ball. Ohne Erfolg. St. Gallen. Mit einem der letzten Angriffe. Noch rund zwei Minuten bleibt den Ostschweizern. Den gewährt ab. Der Doppeltorschützer. Wird er zum Matchwinner. Da marschiert er wieder. Vorderster Mann im Moment. Der hat noch Kraft, weil er viel Adrenalin hat nach seinen zwei Toren. Tja, was für ein Spiel. Da war wirklich alles drin. Schon lange habe ich nicht mehr ein Spiel gesehen mit so vielen Tormöglichkeiten. Fünf Tore haben wir gesehen. Also wirklich Spektakel im Letzigrund von GC und dem FC St. Gallen. Im Moment, so wie es scheint, mit dem besseren Ende für die Grashoppers. Die als möglicher Absteiger galten, aber nach drei Spielen stand jetzt immer noch ungeschlagen sind. Und wenn sie jetzt clever sind, dann passiert gar nichts mehr. Dann holen sie diesen Dreier nach Hause. Spiel war längst unterbrochen. Das dürfte noch ein paar Nachspielsekunden nach sich ziehen. Tätlichkeit oder nicht. Gelb an die Adresse von Pusic. Rot gegen Sigi. Ich weiss nicht, ob das wirklich eine Rote war. Der hat ausgeholt zum Schuss und trifft an Peter Pusic. Ui, 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 jetzt kommt Knüppeldick. Jetzt kommt Knüppeldick. Pusic hier. Oh doch, das ist eine Tätlichkeit. Das ist eine Tätlichkeit. In der Frustration. Schon wieder eine rote Karte. Gegen den FC St. Gallen. Meine Güte, auch das noch. Der Ball lag weg. Sigi liess sich provozieren von Peter Pusic. Und versetzte ihm einen Tritt. Ei, ei, ei. Nach Görtler und nach Isaac Schmidt muss Sigi als dritter Spieler in dieser Meisterschaft mit der roten Karte vom Platz. Es ist das vierte Spiel der Ostschweizer. Und hat die Sigi Wert der Mannschaft natürlich fehlen. Im nächsten Spiel zu Hause gegen Luzern. Ins Tor geht's. Ich glaube, es ist Gindo, der jetzt die Nummer 25 von Torhüter Vatkowiak übernommen hat. Und der neue Torhüter also ist 19-jährig. Langer Ball. Getze in Überzahl. Freistoß. Ui, 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 ist das ein Spiel. Und das Spiel ist aus. Sky Sun kann jubeln. Getze feiert einen Sieg. Einen Sieg auf jeden Fall der Moral. Strahlende Gesichter rund um Giorgio Contini. Was war das für ein Spiel bis zur letzten Sekunde. Der FC St. Gallen mit einem sensationellen Start. Zwei Tore in den ersten elf Minuten. Eine 2 zu 0 Führung. Getze hatte riesige Probleme in der Defensive. Gegen die viel zu schnellen St. Gallen. Und dann kam dieses Anschlusstor in der 20. Minute. Und vor allem das 2 zu 2. Das hat irgendwie den St. Gallen das Genick gebrochen. Das 2 zu 2, das aus St. Gallen Sicht völlig unnötig war. Man hatte den Ball verloren und lief in einen Konter. Und Ndenge schloss den mit dem 2 zu 2 ab. Und in der zweiten Halbzeit auch wieder gab es Möglichkeiten für den FC St. Gallen. Aber es war erneut Ndenge in der 70. Minute, der zum Matchwinner wurde. Und der das 3 zu 2 erzielte. Am Schluss noch eine rote Karte gegen Lorenz Atisigi. Als wäre der FC St. Gallen mit dem 2 zu 3 nicht schon gestraft genug. Das war es von mir aus dem letzten Rundstadion. Ich gebe vorerst zurück in unser Studio. Bitteschön. Die Kredi Suisse Super League auf Blue wird Ihnen präsentiert von Kredi Suisse, Sporttipp, LG und unterstützt von Swisscom. Wenn der Wahnsinn von diesem Spiel ein Bild braucht, das wäre es von Moreira. Siegerich am heutigen Abend. Seine Mannschaft 3 zu 2, 0 zu 2 dreht. Am Schluss noch eine rote Karte, Fredi. Was für Worte findest du für dieses unglaubliche Spektaklskomm heutigen Abend? Der Match war super für uns zum Zuschauen, das ist mal klar. Aber irgendeine Funktion mit dem FC St. Gallen, ich glaube, ich würde toben, ich würde durchstarten. Wie das Spiel geändert hat und wie es das Spiel aus der Hand gab. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ich weiss nicht, ob man sich das erklären kann. Wenn du 2-0 in Führung gehst, gegen eine starke Defensive, die du weisst, die du siehst, du hast es im Griff, du kannst die zwei Gäste machen, die schwierig sind gegen GC. Du könntest ein Drittes machen, kannst vielleicht sogar ein Viertes machen. Du kannst nachher finden, wie das Gleichgewicht mit dem Verwaltende nehmen, gibst das aus den Händen. Das ist, äh, und am Schluss, meine... Ich habe gesagt, es passiert nicht sofort wieder eine rote Karte, aber das ist... Ja, er hätte zurückziehen können, ist ganz klar, er hat sich wirklich provozieren lassen. Und da sieht man, wie die St. Gallen und Nerven wirklich blank gelegen sind, weil sie selber wissen, dass... ...dass keinen guten Match abgeliefert haben heute. Rollen wir das von Anfang an nochmal auf. Und zwar mit dem Mann, der schon ganz früh im Spiel ein wunderbares Goal geschossen hat, jetzt aber zu den Verlierern gehört, draussen beim Gianni Weiler. Emanuel Latte-Latte, auf dem 1.2 match, ihr habt marquiert ein buter Extraordinaire, ein Solon magnifique, aber in der Endeffektion wird, was ihr denkt nach dem match? Ja, ich bin sorry, weil wir haben ein guter Match bis zur 1.5. und wir müssen uns auf jeden Fall bleiben, und wir müssen uns auf jeden Fall bleiben. Das ist so, der Fußball ist so, wir müssen uns auf den nächsten Matchen. Wir hatten einen Moment im Spiel, wo wir sehr stark haben, und dann haben wir ein wenig verloren. Was ist das passiert? Ja, das ist eine Sache, wir haben uns gebrochen, wir haben uns gebrochen, wir haben uns gebrochen, aber wir haben uns nicht zu reagieren, also haben wir den Moment im Spiel. Was sagt ihr, über die Karte rouge für L'Ange Antissigui? Das ist der Fußball. Er hat sich nicht gebrochen, er hat sich nicht gebrochen. Das ist so. Aber im Fußball muss man ruhig bleiben, weil viele Kinder gucken. Das ist so. Danke. Er sagt einerseits, es sei ziemlich hart, das mal so zu akzeptieren. Und die Frage, warum das Spiel dann plötzlich auch noch aus der Hand gegangen wurde, obwohl sie eigentlich sehr gut gespielt haben, in der zweiten Halbzeit ihre Chancen gaben, sie sind einfach auch nicht konzentriert, immer bis zum Schluss, oder? Und am Schluss sagt er auch, Köpfchen. Also die rote Karte sagt er, im Fussball muss man halt auch ruhig bleiben. Bis zum Schluss. Ja, und das konnten sie aber auch nicht im Spiel rein. Weil nach dem Rückstand dann sind sie auch dort nicht mehr ruhig geblieben. Sie haben es dann wirklich fast mit dem Rechtsstander probiert. Sie hatten keine Idee mehr. Es wurde einfach immer hoch und lange in Spitzen gespielt. Also sie haben je länger, je mehr ihr Spiel total verloren. Spiel, das sie eigentlich noch einmal so gut gestartet haben. Was mich auch noch etwas verwundert, wenn du in den letzten paar Monaten St. Gallen angeschaut hast, es ist nicht das erste Mal, ich habe andere Spiele auch so vor ihnen im Kopf. Sie können mit dem nicht irgendwo umgehen. Wir haben es vorhin schon einmal gesagt, mit dem Verwalten. Da haben sie irgendwo Mühe. Sie finden das Gleichgewicht nicht. Sie verlieren es dann plötzlich aus der Hand. Und ich denke, sie hätten eigentlich auch gegen den FC Zürich im letzten Spiel ein Warnsignal mitnehmen können. Man hätte es dort noch etwas auf die rohe Karte schieben können. Aber auch dort haben sie mit dem Feuer gespielt, dass sie das nicht noch aus der Hand gegeben haben. Es wäre gar nicht nötig gewesen, denn sie sind nämlich noch gut in die zweite Halbzeit hineingestartet. Erste Möglichkeit in der zweiten Halbzeit in einer Lauf-Dwell vom sehr auffälligen Heute Julian von Moos gegen Cavabe. Beide sind natürlich sehr schnell, aber man sieht, Julian von Moos hat noch ein paar Kilometer in der Stunde, wo er etwas schneller rennen kann. Ja, überrascht mit Cavabe, der sehr gutes Spiel gemacht hat, aber von Moos auch gut, wie er den Körper einsetzt. Und Schubert, also sorry, da kann man etwas mehr draus machen. Das ist sicher eine der zahlreichen St. Gauer Chancen, die wir sehen. Und dann kam die Wende nach der grossartigen Möglichkeit, die man sich da rausgespielt hat. Und das ist eine wunderbar schöne Geschichte. William zieht ein Denken. Wir haben ihn schon gehört in der Pause, ja, Fredi. Sein ersten Goal geschlossen überhaupt in der Schweiz und dann hat er auch noch zu dieser Wende beigetragen mit dem 3-2 nach dem Eckball von Dominik Schmid. Er reagiert am schnellsten. Er reagiert am schnellsten. Da muss man vielleicht auch sagen, das ist Pech für St.Gall. Es ist ein Drillball, der 2-3 Mal hin und her geht. Aber nicht desto trotzdem ein Denken, der super reagiert, am schnellsten reagiert. Ja, und jetzt tut es vielleicht Luzern noch etwas mehr. Noch mehr als schon zur Halbzeitpause. Aber trotz 3-2 hat St.Gallen eigentlich am Schluss noch eine gute Möglichkeit gehabt, nämlich der Mann, der dann ganz am Schluss noch ins Goal stand, durch Gindo. Weitschuss, Abschluss, aber eben ohne Moreira im Goal, Fredi. Ja, wobei, da war er ein bisschen überrascht. Ich hatte keine grosse Angst, dass das noch ein Goal geben könnte, aus Sicht von GC. Der Schuss war verdeckt. Aber ja. Ich glaube, so richtig gefährlich, muss ich wirklich sagen, ist es einfach nicht mehr geworden. Nur einmal sind ihnen die Ideen ausgegangen und sie haben es nicht mehr mit dem Hühler Kopf probiert. Und GC, die eigentlich am Anfang die Defensive, die man so gelobt hat, nicht so da gewesen ist. Gegen das Ende des Spiels haben sie sie wieder gefunden. Sie sind auch gut gestanden, muss man auch sagen. Und was auch überrascht hat bei GC, ich glaube, ich habe zwei Spiele gesehen, das dritte Spiel. so viele Offensiv-Aktionen hatten sie in den anderen zwei Spielen vorher gar nie. Also Defensiv ein bisschen mehr zugelassen dafür offensiv und ein Goal. Mehr gemacht als der Gegner, das reicht für den Sieg. Und was sie halt einfach schon noch bemerkenswert finden, drei Spiele, sieben Punkte, sie sind gleich viel wie IB zur Zeit. Ja. Und gegen IB der schon gespielt hat. Ja, das ist bemerkenswert. Aber das ist eine gute Mannschaft. Und du siehst, dass gut gearbeitet wird. Die Organisation stimmt. Wir können heute Abstriche machen. Und ich glaube, wenn vielleicht ihren Hauptverein noch wirklich einen richtig guten Stürmer darin gegeben hätten, dann könnte die GC diese Saison sogar ganz gefährlich werden. Kommen wir schnell auf die Fragen des Tages. Wir haben ja heute die Frage bei uns unter anderem lanciert, was könnte die überraschende Mannschaft dieser Saison sein? Wir hatten doch die End- oder andere definitiv als Auswahl. Und dabei, wenn wir es jetzt anschauen, ist es noch spannend, 30 % haben vor dem heutigen Spiel und während des Spiels gefunden, es ist St. Gallen. Und dann kommt Winterthur. Beide haben sie im heutigen Abend verloren. Mit wem, dass man nicht wirklich gerechnet hat, ist die GC 16 %, okay, doch. Aber vor allem auch Servet ist im Moment leider. Servet ist leider. Wobei auch Servet hat eine gute Mannschaft. Und bei Servet muss ich auch sagen, das nervt die Ächerin. Ich denke immer, die könnten noch viel mehr und es könnte viel mehr Spannung geben in den Schweizer Fussball. Wäre schön, wenn er Westschweizer wieder so richtig mitmacht. Das letzte Jahr schon nicht so recht durchgezogen. Das Jahr können sie es vielleicht einmal durchziehen. Wäre schön, würde uns allen gut tun. Also, wir schauen noch kurz auf den Schlusspunkt des Spiels. Und das war natürlich der absolute Knaller im negativen Sinn aus Sicht vom FC St. Gallen. Drittes Spiel. Nachher die dritte Rote Karte. Lorenz Atisigi. Das war doch ein bisschen vorgeplanker. Ja. Er regt sich natürlich. Zigi regt sich... Das verstehe ich noch. Er regt sich auf, weil das Spiel ist unterbrochen. Buzic macht ein bisschen mit. Ja, er will natürlich auch Zeit gewinnen. Das kann ich noch absolut nachvollziehen. Das ist gescheit. Und jetzt ist er herrlich. Er sieht genau den Zigi. Und er zieht nachher noch durch. Er sieht ihn am Anfang nicht. Er schaut weg, aber am Schluss könnte er stoppen. Und das sind nur noch Nerven blank und klicken. Äh. Ja. Das kann er nicht. Das dürfte nicht passieren. Da musst du wirklich den Kopf da haben und Nerven musst. Er steht auch in seiner Mannschaft unglaublich. Auch für die nächsten Spiele natürlich. Städlichkeit wird wahrscheinlich zwei oder mehr Spielsperre geben. Mehr mehr. Kühlen Kopf bewahren. Das ist heute Geze. Und der Kopf des ganzen Teams ist natürlich der Cheftrainer. Und er ist mit Gianni Weiler. Ja, da steht er. Giorgio Contini, herzliche Gratulation. Also nein, zuerst einmal. Danke vielmals für diesen Fussballabend. Unfassbar. Auch für einen Trainer? Nein, definitiv nicht. Ich denke, in den 90 Minuten haben wir vieles gesehen, wo ein Trainer nicht will. Äh. Ganz schlechter Start. Es könnte auch gut und recht an 3-0 oder 4-0 stehen für St. Gallen. Wenn es etwas Positives ist, dass St. Gallen uns am Leben gelassen hat und wir zurückgekommen sind. Das ist sicher das Positive. Das Lebenssteige der Mannschaft. Dass sie sich zusammengerissen hat. Und dann immer wieder üben. Immer wieder Abstimmungsfehler. Defensiv. Nicht alles richtig gemacht. Heute sind wir sicher der glückliche Sieger. Aber im Fussball gibt es das ja auch. Also die drei Punkte nicht mehr natürlich mit Hankus. Das letzte Mal. Fun-Fact. Wo GC einen 0-2 Rückstand aufgeholt hat in einen 3-2-Sieg. 24. November 2013. Das ist fast schon historischer. Ich glaube es ist auch dort wo es irgendwann einen Titel gab. 20-30. Ich meine es mich nicht täuscht. Es ist ja was man begeht. Man schwelt gerne in der Vergangenheit. Und wir sind in der Zukunft. Und da haben wir jetzt nicht gesagt. Die nächsten drei Punkte auf dem Konto. Ein sehr guter Start. Und viele müssen dafür tun. Auch das Glück müssen wir in Anspruch nehmen. Aber sehr zufrieden natürlich. Der Freddy Bickel ist heute bei uns im Studio als Experten. Er hat vorher in der Sendung gesagt nach dem Ausgleich von Ziendenge kurz vor der Pause. Ja. Hat man sich vielleicht in Luzern besser überlegt. Dann nochmal ein bisschen aufzubauen. Ich glaube das ist jetzt Ihnen heute entgegengekommen. Heute hat er sonst schon ein gutes Match gehabt. Aber heute hat er sich irgendwie auch noch gekrönt. Wie nehmen Sie den Warten? Ja es ist das was uns ein bisschen gefehlt hat. Wir haben den Diani verloren im Winter. Einer der noch Meter und lange Beine hat vor der Abwehr der dann nicht mehr einmal im Zweikampf gewinnt. Er hat eine gute Dynamik auch mit Ball. Und dass er schiessen kann hat er im Training schon gezeigt. Also somit haben wir schon nach so einem Profil gesucht. Dass er noch nicht 100% fit war, als er kam. Das haben wir gewusst. Das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung mit ihm gearbeitet. Ein ganz toller Typ er will wirklich den nächsten Schritt machen. Und es freut mich für ihn. Weil er wirklich sehr seriös arbeitet, dass er sich heute belohnt hat. Und der Mannschaft hat natürlich ein Geschenk gemacht mit den zwei Gold. Vielleicht macht er ja nächste Woche am Mittwoch nochmal auswärts in Luzern. Ja, ich denke das ist jetzt nochmal ein paar Tage her. Wir geniessen jetzt mal den Sieg. Erholen uns. Es war ein intensiver Match. Und dann gehen wir am Mittwoch nach Luzern. Dann sehen wir uns weiter. Danke vielmals und herzliche Gratulation. Merci. Giorgio Contini bestens aufgelegt. Er hat natürlich auch gesagt, er hat doch viel gesehen, was ihm nicht gefallen hat als Trainer. Ich gehe nicht davon aus, so wie er seine Mannschaft sieht. Das ist eben so der Defensive. Er ist völlig eventuell und ehrlich rübergekommen. Er hat auch gesagt, dass sie defensiv etwas Mühe hatten, dass sie auch 3-4-0 zurückkriegen können. ich kann es nicht mehr klarer sagen und geradeaus. Das macht ihn sympathisch. Jetzt schauen wir auf die Tabellen nach dem heutigen Spiel. Nach den beiden Spielen, die heute waren, am Samstagabend. Servet 1-0 gegen Winterthur. GZ 3-2 gegen St. Gallen. Absolutes Spektakel. Morgen Sion, der Auswärts gegen Zürich. Lugano gegen Luzern. Und natürlich der Kracher-Match Basel gegen IB. In der Tabelle. Und da dürfen wir jetzt noch einmal die Frage einfließen. Überraschungsmannschaften. Servet ist erst für eine Nacht dann IB. GZ in Stritt. Dann kommt St. Gallen und dann die Mannschaften, die sicher auch noch werden können eingreifen. Wenn wir noch ein bisschen vorn blinzeln, Fredi. Es nimmt mich auch Wunder. Morgen der Kracher-Match. FCB gegen Basel. Es hat im Moment die einfachere Aufgabe. Raphael Wicke, weil er nicht so viel spielen muss, oder? Ganz sicher. Wahrscheinlich will er nicht tauschen. Keine Tränenfreude, wenn du so viel ändern musst und so viele neue Anpassungen machen. Wir haben heute einen Riesen-Match gesehen. Ich hatte das Gefühl, morgen gäbe es noch einen Riesen-Match. der heute Abend getoppt werden kann. Ich weiss, es wäre unheimlich wichtig für Basel. Ein positives Resultat. Ich befürchte aber einfach, dass es für sie ganz, ganz schwierig wird werden. Das ist gut für mich. Dann kann ich vielleicht morgen Tipp E richtig geben. Vielen Dank. Ich bin stark. Ich habe ein bisschen Kulfer. Du meinst. Wir wären gescheitert bei GZ bleiben beim Tipp. Wegen Morandi. Wegen Morandi. Wir wünschen einen wunderbaren Abend. Danke vielmals für das Interesse. Wieder nochmals alle Spiele, alle Tore. Resümee jetzt auf Bluesport. Sonst wünschen wir euch einen schönen Abend. Bis morgen auf Bluesport mit den drei Spielen, die es morgen gibt. mit den drei Spielen. Ja, ja, ja. Get up. Get up. Get up. Let's get wild. Let's get crazy. Let's get loud. Yeah, yeah. Get up. Come on. Come on. They gon' watch me shine. They gon' watch me shine. Get up. Get up. Get up. They gon' watch me shine. Yeah, the world is mine. Get up. Get up. Get up. Fendu. Immer überall. In Dichstosen Fendu. Egal wo, egal wann, egal mit wem. Zwei Teams. 90 Minuten. 180 Wetten. Deine Chance. Jetzt wetten und den Schweizer Sport unterstützen. Mit Sporttipp. Die Kinder können mehr, als ihnen lieb ist. Es gibt Hilfe. Anonym und kostenfrei. Schoki. Schoki. Immer überall. In Dichstosen Fendu. Egal wo, egal wann, egal mit wem. Sie haben zwei große Titel in der Tasche. Die Champions League und die Europa League. Und nun treffen die Giganten aufeinander. Real Madrid gegen Frankfurt. Am Mittwoch ab 20.30 Uhr. Live im Free TV auf Blue Zoom. Der UEFA Supercup auf Blue Sport wird Ihnen präsentiert von Just Eat und Oppo. Offizielle Sponsoren des UEFA Supercup. Die Champions League. 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 Drei Runden gespielt in der Super League. Und jede Mannschaft hat irgendwo schon mal Punkte abgegeben. Das könnte ein Indiz sein, dass die Saison 22, 23 eine ganz knackige wird. Abpfiff zu der vierten Runde. Heute in der Super League. Das sind alle Spiele, alle Tore. Wo wir schauen können, wer wie viele Punkte wo heute schon mal abgegeben hat. So gar keinen Bock auf alle Tore hat dieser Mann hier besitzt. Der Jeremy Frick. Was er in den letzten beiden Spielen alles gehabt hat für seine Mannschaft. Für Serbette Genf. Das ist absolut unglaublich. Heute hat er mit seiner Mannschaft Winterdauer empfangen. Und ob er auch heute Abend Le Mür die Mauer war, das hat Andy Jucke für euch zusammengefasst. In Genf stehen die Torhüter im Fokus. Da wäre Jeremy Frick, der in Topform ist. Er hat Servet schon den einen oder anderen Punkt festgehalten. Wintertortrainer Bruno Berner tauscht auf der Torhüterposition, gibt heute Timothy Fajulu das Vertrauen. Und eben dieser sieht, dass seine Wintertorer den ersten Angriff der Partie lancieren. Der FCB ganz in Weiss und ziemlich mutig. Ein erstes Hallo im gegnerischen Strafraum. Eine mutige Grätsche. Ein paar Proteste. Aber kein Pfiff. Kein Elfmeter, sagt der Schiedsrichter. Und auch der Videoassistent Referee schaltet sich nicht ein. Der FCB verteidigt neu mit Fünferkette. Und damit tut sich Servet ziemlich schwer. Kaum je gibt es ein Durchkommen. Deshalb probiert Pflücke aus der Entfernung. Fajulu auf dem Posten. Wuchtig war er ja. Zu wenig Topft. Stefan 1. Bis zum nächsten Mal. Willkommen bei Writte. Kaum. Wenn du haltet mit. coated mit ihr zu聴umen, Untertitelung des ZDF, 2020